Haben Sie was, ist einer von drei Veranstaltern für SHS, Holstein International, das internationale Turnier in den Holstenhallen. Ist genau zwischen dem Trakener Hengstmarkt und der Holsteiner Körung und passt ja deswegen auch so gut dahin, oder? Ja, passt super. Wir haben ja glücklicherweise diesen Termin bekommen. Das meiste ist hier. Wir haben auch wirklich jetzt ein paar Sachen, die wir zusammen nutzen. Also wir haben jetzt zum Beispiel den Boden zusammen aufbereitet für die Veranstaltung jetzt schon heute. Wir benutzen alle den gleichen WIB-Bereich und Ehrengastbereich und so entwickelt sich da immer mehr in der Zusammenarbeit. Also es gibt Synergien, die man vernünftigerweise nutzt. Man muss aber jede einzelne Veranstaltung natürlich entwickeln. Es ist die dritte Auflage und das kommen Teilnehmer aus 17 Nationen. Das nimmt man doch als Kompliment. Das nimmt man als Kompliment und das gibt ja auch unglaublich buntes Publikum hier, auch mit Zuschauern. Und wir freuen uns ganz besonders auf die dänischen Pony-Eltern. Die sind immer sehr gut für die Abendveranstaltungen. Und also ich denke, ganz bunte Reihe hier an Reitern und Pferden und wir sind gespannt und freuen uns alle. Und es ist eine offene Veranstaltung, dann Eintritt? Eintritt ist frei. Das ist auch in unserem Konzept so. Wir wollen auch gerne anderen Zuschauern mal die Möglichkeit geben, in so einer Halle Spitzensport zu sehen. Und dieses Turnier hat ja ein anderes Konzept der Finanzierung und deswegen verzichten wir auf Eintritt. Wir wollen aber trotzdem den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Gut, dann freuen wir uns drauf in den Holzenhallen. Vielen Dank, haben Sie was. Vielen Dank.